Am Programm für morgen steht der Winteranfang und nicht der Weltuntergang. Der Winteranfang, der kommt morgen mit Wolken, Regen und Schnee. Schönen guten Abend beim Wetter. Der Niederschlag kommt von Westen, ist hier im Blau schon gut zu sehen, legt sich heute Nacht über Österreich und bleibt uns morgen erhalten. Die Temperaturen in Europa, die reichen von eisig frostigen Minus 16 Grad in Russland hin bis zu 22 Grad in Südspanien. Für uns interessant diese milde Luft, denn die wird sich bis Weihnachten auch in Österreich durchsetzen. Und dann kommt Weihnachten. Der heilige Abend bringt heuer keinen Regen und keinen Schnee. Es wird aufgelockert sein nach Frühnebel, doch überwiegend sonnig und phönig und sehr, sehr mild. Es könnte einer der wärmsten Weihnachtstage aller Zeiten werden. Wir sehen die Höchstwerte 12 bis 14 Grad. Also fast schon Weihnachten in der Badehose oder im Bikini. Schönen guten Abend.